Das SuperDelight ist eine neue Variante des vollgefederten Tourenrades Delight. Es kommt mit dem neuen Bosch Performance Line CX Generation 4 Antrieb sowie vollintegriertem Bosch Doppel-Akusystem Dual Battery 1000. Das SuperDelight Mountain ist die Offroad-Variante mit 27,5 Zoll Schwalbe-Hans-Dampf-Bereifung. Zwei Schaltoptionen stehen zur Wahl. Shimano Deore XT 11-Gang-Kette oder Rohloff E14 Speedhub-Nabenschaltung mit Riemenantrieb. Auch bei diesem Modell hat Riese & Müller die Kabelstränge weitgehend nach innen verlegt. Die Preise des Delight Mountain starten bei 7199 Euro für das SuperDelight Mountain Touring mit Shimano Deore XT 11-Gang-Schaltung. Das SuperDelight Mountain Roloff kostet ab 8799 Euro. Sobald Testräder zur Verfügung stehen, folgt auch ein entsprechendes Testvideo. JT 11-Gang-Schaltung JT 11-Gang-Schaltung JT 12-Gang-Schaltung Vielen Dank.